Hallo, ich bin Maren und die Ratbeteiligung von Quentino. Zwei Teams, einmal Pferd, zweimal Kinder, ein Kind Schubkarre, für ein Pferd anderes Kind, schiebt euch Slalom-Zeit. Also brauchst du noch ein zweites Kind und musst dir noch ein Pferd aussuchen. Okay, ich nehme... Mit dem Quentino. Ja, was ich auch sagen, der kann das auch, oder? Ja, da muss da ja nur Schritt für gehen. Oder Traben, aber es sitzt ja keiner drauf. Oder es sitzt auch keiner drauf, oder? Einer in der Schubkarre und einer schiebt die Schubkarre und hat das Pferd dabei. Okay, dann kannst du Quentino nehmen. Ein Pferd und zwei Kinder und eins. Dann musst du dir jetzt noch ein Kind aussuchen. Okay, ich nehme Rilo. Okay, also mit Rilo. Gut, dann könnt ihr Quentino schon mal rausholen und eine Schubkarre suchen und alles auf den Platz bringen. Und ich muss in die Schubkarre, oder? Na, ihr dürft euch auch so. Und einer sitzt in der Schubkarre und einer schiebt die Schubkarre und der, der in der Schubkarre sitzt, hat das Pferd. Und dann tauscht ihr und wer schneller ist, hat gewonnen. Okay, gut. Quentino, du machst das ja. So, das wird jetzt erstmal eine Übungsrunde hier. Ich finde, auf Sand geht das echt schwer, glaube ich. Können wir das auch mal dran nehmen? Können wir das auch auf Beton machen? Naja, aber ihr wollt doch auch Traben. Achso, naja, so weit kommt ihr eh nicht im Sand. Eigentlich geht es nicht nur Schritt. Jetzt schieb mal, schieb. Ja. Ja, ich schieb mal. Gut, dass man Quentino eigentlich für alles missbrauchen kann. Quentino so, oh hey, cool. Sieht gut aus, Mädels. Na, am Ende geht es darum, so schnell wie möglich das Ding zu machen. Also ist auch Traberlaub. Aber das Pferd muss auch da durch, ja? Gut, jetzt wechselt ihr und macht mal an der anderen Seite Probe. Wechseln? Andere Seite Probe machen. Fischbar. Quentino so fisse wie sowas. Was denn das denn? Warte mal, man kriegst du dich. Warte mal, man kriegst du dich. Oh mein Gott. Leute, daran seid ihr schuld. Ihr stellt solche Aufgaben, ja? Das ist nicht unsere Schuld. Oh mein Gott. So, unsere Karre wird auf die Startposition gebracht. Macht da mal, markiert das mal. Dass das auch gleich auf der gleichen Position startet. Quentino denkt sich so, was bitte? Denken sich meine Menschen schon wieder aus? Quentino, wir sind halt einfach irre. So, der erste Sitzer bitte in die Karre. Und der erste Fahrer an die Fahrdinger auf die Plätze. Fertig, los. Ihr seht hier, wir stoppen natürlich die Zeit mit. Ich muss erst mal scharf stellen, das schaltere ich gerade. Und da sind sie on the road und es geht los. Und sie rasen um die Ecke und um die Kurve. Oh mein Gott, ich sollte Moderator werden, so Sportmoderator. Nein, das muss kacken. Hatte ich schon mal erwähnt, dass Quentino leider mal stehen bleibt zum kacken. Wie er guckt. Ich finde die Aufgabe geil. Quentino denkt sich so, was bitte? Ja, ihr macht das super. Wuhu. Quentino muss auch ums Gehägelchen rum. Sehr gut. Und stopp. Und wir sind bei... Ich krieg's schon wieder nicht scharf. Ah, jetzt 46 Sekunden. So, Rilu nimmt jetzt Platz und nimmt Quentino in die Hand. Seid ihr bereit? Ja, recht. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ich krieg nicht scharf hier. Warum krieg ich's nicht scharf? Ah, jetzt. Okay. Die machen da eh gerade irgendwie Kabelsalat. Das Pferd denkt sich so, waaat. Quentino, das ist deine neue Bewegungstherapie. Wir dachten uns so, alleine Schrittlaufen mit Reiter ist ja langweilig. Was machen die da eigentlich? Wie wir jetzt machen im Quentino? Das ist natürlich die sicherste Methode, ein Pferd zu führen. Ist auch irgendwie gar nicht gefährlich. Gott sei Dank ist dieses Pferd so brav. Oh mein Gott. Ihr seid schuld, Leute. Nur wegen euch, was mein Pony nicht so ist. Ich meine, Dino geht jetzt mal helfen. Und zwar waren das... Oh, ich schelte mich doch nicht scharf. Jetzt. 58 Sekunden, in der Amenhardt. Wer hat zuerst geschoben? Rilo, ne? Rilo hat gewonnen. Juhu. Oh, Quentino. Du hast eigentlich gewonnen. Gibst du. Ob ich ein bisschen verliebt bin in meinem Pony? Nur ein bisschen. Aber er ist einfach das schönste Pferd. Neben Poldi natürlich. Wisst ihr, was ich geträumt habe? Schönstes Pferd. Ich habe geträumt, dass Quentino... Schönstes Pferd. Ja, du. Schönstes. Schönstes Pferd. Tino. Komm mal her. Ich mache dir Komplimente. Ja, du bist das schönste Pferd. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Hallo. Komm mal her. Uuuuh. Hier, gucke. Ich meine Finger ist... Hey. Du bist süß. Stinker. Stinker. Stinker.